BRDs in a rock, in a rock Gut, er wills Was? Nein! Machs! Tu mir das sicher Hast du die Aufnahmen laufen? Nein Hä? Mach mal an! Okay Ja? Ja, und mach Ansage Anmoderation, ja Ja, hallo Youtube, ich werde gleich gebannt Das sag ich Mensch Und Leute, dann diese Runde mal ohne TS Wie ich gehört habe, habe ich jetzt gerade keinen Bock zu rejoinen Den haben wir erstmal schön gefickt Kappa, kappa, kappa Oh, hätte er klappen können Komm, spring, Max Spring, du hast hier gerade gebannt Spring Ah, und der sitzt Ja Schön, nochmal Wunderbar, dass Max gleich abstaubt, ja Ach Max ist gestorben, schade aber auch Naja Leute Auf jeden Fall zweite Folge des Formats Sofort ein Bann auf dem TS kassiert Macht ihr immer so Leute, gewöhnt euch dran Das kann noch ein paar Mal öfter passieren Ich werde gleich nochmal eine Runde dranhängen Weil die Runden ja so pushermäßig echt schnell gehen Und ja, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder dann mit TS Du kannst es nicht Okay Okay, jetzt gibt es aber Ärger Ich glaube jetzt kommt noch eine Aufnahme ohne ihn Ja, ich merke schon Ich spüre schon in mir drin, irgendwie dieses Biest Ich spüre es in mir drin Kann ich gar nicht nachvollziehen, warum Die nimmst du gerade schon auf? Nein Oh, stets Lockert Ich bin schon Zur zweiten Runde dieser Folge Dieser Folge Ja Zur zweiten Runde dieser Folge Die Runde gerade Ich habe schon wieder hundert Dings Runden gespielt, ne Aber er bringt das einfach nur wieder schlecht, Alter Nö, ich habe es uncut Also bis jetzt gemacht habe ich Cutte halt diese Wartezeit von dir Wo du mit Felix geflirtet hast Mal ganz gefixt raus, Alter Warum? Junge, da will keiner sehen, wie du ihn angemacht hast Felix, rede Jetzt kommt so der Zoom in diesen Chat rein, Alter Ja, jetzt Felix, rede Kann nicht Wieso nicht Knotis Naja, ich wollte gerade schreien Felix hoch, aber ist ein bisschen schwer Hängen geblieben Warum fliegt der Einzige mit Blöcken runter, Mann? Ey, ich habe auch Blöcke, ich habe nur gewartet Gotti, ich bräuchte vielleicht auch welche Nein, nein, nein Wir brauchen... Pass auf Ey, was? Als ob du das auch noch gekriegt hast, Mann Ja, komm Komm Bett, ey Ja, Leute Ich würde mal sagen, die anderen haben sich heute mal wieder richtig viel beteiligt Halt deinen Maul Ja, und deswegen Sehen wir uns nächste Folge wieder Mit den anderen beiden Spaß, die ist natürlich wieder dabei Vielleicht auch ein Felix im Hintergrund, wer weiß Felix ist ein Randy, der müsste nicht ernst Deswegen habe ich auch Hintergrund gesagt So Ihr habt ihr noch was zu sagen? Folgt denen auf Twitter, dann folgen sie Sag, aber haben sie dich nicht gebraut So, bis zum nächsten Mal Tschüss